Hauptsache, wir können hier mal Zeug reinlagern. Die Nächte sind aber viel schneller rum, oder? Ja, du siehst das da oben, ne? Du weißt nicht schon. Ja, ja, ich packe jetzt den Kompost da rein. Diese Flöte. Ein bisschen Katzenschwanz. Und dieses Windrad. So. Jetzt kannst du noch Sachen reinlegen, wenn du was hast. Ich hab ein Chester noch. Kannst du auf Chester zugreifen? Äh, warte. Ja, ich kann ein Open Chester machen. Ach, cool. Aber ich lass mal alles drin. Du hast Monsterfleisch, das kannst du. Soll ich das den Schweinen geben? Nein, das kannst du kommen und wir können das essen, oder? Nein, das macht deine Psyche kaputt. Ach so. Oder dein Leben, eins mal meinen. Ich geb das mal dem Schweinekönig, vielleicht mag der das ja. Und wenn er jetzt ausrastet und böse wird? Nee, ich stehe da nicht drauf. Kann ich den Schweinies geben? Geh. Mihangui, you is good. Ja. Freunde, dich gut mit den Schweinies an. Ich hab dem einen Schwein jetzt zwei Fleisch gegeben. Ich hoffe, er ist glücklich. Hier ist das übrigens jetzt voll. Oh, guck mal, der kommt jetzt mit mir. Ja, der hilft dir, ja. Das ist jetzt mein Freund. Das war aber vorher auch schon so. Das ist ein Schweinigfreund. Hey. Ich und Schweinigfreund gehen jetzt ein Abenteuer erleben. Hä, wieso kann ich kein Schwert bauen? Ah, jetzt. Zusammen mit Chester. Chester. Wetter sind schwer, okay. So viele von diesen fucking Baumstümpfen. Weapon hat er. Was? Wir hatten Weapon. Ich hab ne Weapon. Geht's mal weiter hoch. Ich will jetzt mal hier ein bisschen ausmalen. Ein bisschen Map malen. Da oben ist nämlich noch Sandfläche. Da will ich jetzt hin. Da ist ein Strohballen. Guck mal. Oh. Der hüpft ja so. Humbleweed. Vielleicht sind da oben ja die Köffel. Kann man ihn angreifen? Oh Gott, nein. Bitte nicht. Du tust nicht. Du tust nicht. Oh, die Musik fing an, aber er ist weggeflogen. Da kreist ein Geier. Oh Gott. Was sind das für Steine? Hier ist alles anders. Oh, hier ist ein Tumbleweed. Pick. Pick it. Do it. Ich hab's. Ich hab's gefangen. Da war Gras drin. Wow. Okay, die Steine sind völlig sinnlos. Okay. Spiky Busch. Okay, Spiky Busch. Nicht pflücken, da tut man sich dran weh. Hier ist ein Lavaloch. Oh Gott. Was? Wo bist du? Du bist im gefährlichen Land, glaube ich. Land der Gefahren. Tumbleweed. Guck mal, was da sch- Da, 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 da. Was ist das? Das Tumbleweed hat sich angezündet. Was war das? Das sah gefährlich aus. Das ist das, was das hier macht. Das ist irgendwie eine Riesenfliege. Oh, ich geh wieder. Da hab ich keinen Bock drauf. Oh mein Skelett. Hallo. Man darf nicht zu nah an den Lavalöchern vorbeilaufen. Echt? Ja, das wusste ich nicht. Ist das nicht zu empfehlen? So, so. Oh, hallo Lavaloch. Ein Kaktus fass ich auch mal nicht an. Ich renne mal kurz hier durch das gefährliche Land. Ich auch. Oh nein, da ist das. Oh nein, da ist das. Oh nein, oh nein. Oh nein. Und ich geh wieder. Let's go. Schweinigfreund. Jetzt bin ich im Häschenland. Ein Kaktus. Was ist das? Kann man wohl... Ich hab... Was hat das weh getan? Ich hab mich erschreckt. Was ist das denn? Es tut weh, wenn man die Kaktusen... Greifen die an? Ja, die sind nett. Bah, das sind Ziegen. Kann man sich mit denen auch anfreuen, wie mit den Schweinen. Die sind auf jeden Fall nett. Oh, geht Schweini jetzt nach Hause, weil es dunkel wird? Ich hab kein Fleisch mehr für Schweini. Das Tumbleweed pflücken lohnt sich voll. Warum haben wir keine Büffel? Weil wir Ziegen haben. Oh Gott. Ich bin hier in einem gefährlichen Land. In einem zu gefährlichen Land. Oh nein, Chester! Chester, renn! Was hast du denn da? Die hauen Chester. Oh nein. Ich hab Hunde. Im Tumbleweed können Bienen drin sein. Ich hab gerade eine Biene getötet. Oh Gott, die Hunde verfolgen mich. Fuck. Ach du großer Gott. Fuck. Wird Lou die Erste sein, die stirbt? Okay, Hund wurde von ihm was abgelenkt. Sehr gut. Von Chester. Nee, Chester ist hinter mir. Chester ist safe. Aber Schweini ist weg. Ich hab jetzt einen Bienenstachel. Ich weiß nicht, wo Schweini hin ist. Mäh. Bienenstachel? Was machst du denn damit? Richtig. In der Tumbleweed war eine Biene drin und dann hab ich sie getötet. So viel Tumbleweed. Tumbleweed kann wohl random Gegner drin haben. Ich kann mich bald rasieren. Rasierklinge hab ich schon gebaut. Wie ich weiß, der König haben will. Weiß ich nicht. I don't knopf. Ich will er gold. Boah, Tumbleweed-Oase. Oh, da sind sogar Bären drin. Ist wie so eine Schatzkiste. Wie so eine Box Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Wow. Boah, sogar Federn. Gern geschehen. Ist alles drin. Ich geb dir jetzt mal ein Gold. Versuch's jedenfalls. Oh. Foliage. Foliage. Hm, mag er nicht. Okay. Will er nicht. Ich glaub, ich muss gleich zwischen... Bisschen eine Blume. Ich muss gleich zwischenlagern irgendwo. Also ich muss mich irgendwo über Nacht verstecken. Häh. Was ist das? Das ist doch erschreckt. Guck mal. Ja, davor bin ich auch weggerannt. Und ein Hund. Auch der Hund greift das Ding gerade an. Oh, warte mal. Was ist mit dem Schwein los? Ich still feel alone. Oh nein. Der hat zwei Hunde auf dem Gewissen, dieses Nashorn. Ja, ja. Der macht mir Angst. Angst. Aber ich will das Fleisch haben. Ich hab's. Ähm. Was hab ich denn so? Ich hab Butterfly Wings, was ich alles hatte. So ein Regenschirm ist gutes Feuermaterial. Scheiße, der Hund. Oh Gott. Nein, der Hund. Nein. Was mach ich denn mit Abigail? Boah, ich google das gleich. Mäh. Da liegt ein Rucksack und Stuff. Das machst du da. Das Haar. Yes, der hat den Hund überrannt. Sauber. Jetzt jagt das Nashorn mich allerdings. Können wir nicht auch schon hier ne, ne, ähm... Diese andere Maschine bauen? Ich hab grad andere Probleme. Ich will das Zeug geahmen. So eine Chemie-Maschine. Ah, dafür brauch ich mehr Holz. Ich hab ein Problem. Hm. Nein. Ich muss jetzt über Nacht hier gerade mit nem Nashorn bluten. Oh Gott. Wir sterben hier. Oh, der kann Steine kaputt machen. Wie geil ist das denn? Huch. Was ist mit meinem... War ich am Feuer? Was war das? Hilfe. Hilfe. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ich glaub, es geht. Es hat keinen Bock mehr. Ich kann das Taktus braten. Ich kann den Pilz essen. Oh, der Pilz war gar nicht gut, glaub ich. Oh, hab ich ein Glück gehabt, ey. Ich brauch ein Holz. Die Holzsacken. Ja. Ich nehm Steine mit. Gott damn. Guck mal, das Schwein hat ja alles steig gemacht. Oh, mein Schweinefreund ist wieder da. Hallo. Dein Schwein. Der hat nur Feierabend irgendwann. Aber ich hab kein Fleisch mehr für den. Oh, der hackt jetzt mit mir Holz. Der hackt Holz mit? Ja. Jetzt ist er ein bisschen verwirrt und hat den falschen Baum angeguckt. Man kann Kaktus essen. Man tut sich zwar weh, aber man kann ihn essen. Ja, man kann ihn mitnehmen, aber das tut einem... Oh nein. Das hab ich auch... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Das ist ein Baumchen. Alles wird gut, Lu. Fuck, warum passiert das so? Warum... Warum tun die Birgterns auch? Oh, mein Gott. Das ist so gruselig. Das ist ein Baum. Steht der da jetzt noch? Das Schwein hat was getötet. Oh, jetzt ist da ein böser Baum. Das ist uncool. Ich will den zweiten Rucksack haben. Uh, der hat was getötet. Ich will es haben. Oh Gott. Iks. Ach, der bleibt aber stehen. Okay, der spawnt nur so kleine Dinger. Mhm. Interesting. Ich habe gerade andere Probleme. Ich beobachte das hier. Ich will das aufheben. Renn, 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 renn. Okay, alles gut. Man kann keine zwei Backpacks haben. Gut, dann sei. Würdet ihr bitte nicht da stehen bleiben, Chester und Schwein? Wart damit, ihr seid nicht die Hellsten, oder? Uncool. Okay, ich pflanze. Guck, guck, ich... Moment. Böser Birken-Typ, ich pflanze hier Stuff. Guck, ich pflanze hier wieder Birken. Ist doch glücklich, oder? Oder nicht? Ach, das sind Hundennester, oder was ist das hier? Oh, man. Böse Birken. Ah, hier kommen die Hunde raus, glaube ich. Wollen die zwei da Birken fällen, oder werden die jetzt sofort wieder evil? Ja, ich habe Hunde... Ach, deswegen kamen da immer neue Hunde. I'm out of here. Geht's noch ein Chicken killen? Schade. Ich muss erst mal nach Hause. Ich habe so viel Zeug, was ich jetzt retten muss. Ist der auch Bärchen? Scheinbar. Verdammt. Wer hat gekackt? Er hat gekackt. Hat gekackt, nachdem er ein Bärchen geknommen ist hat. Ah, das ist die Karte, ist aber jetzt voll gut geworden, so. Ist ja alles eingezeichnet, so. Mhm. Bist du denn zu Hause? Ja, ich bin hier in der Nähe. Ich bin hier in dem Birkenwald. Mit meinem Schweinchenfreund. Da ist jetzt auch so eine böse Birke, die, ähm... Die ist böse. Die ist böse? Ja. Da musst du ein bisschen, also, da darfst du nicht stehenbleiben. Da musst du auch mal eben Schweinefreunde holen, hier. Schweinefreunde. Guys. Ja. I love friend. You is good. I follow. I follow. Nein. Das ist so eine Schweinearmee. Ich hab mir zwei genommen. Der König mochte das nicht. Nö, der hatte kein Interesse an Gold oder Fleisch. Na, das will er nicht. Okay, willst du federn? Nein. Willst du rott? Nee. Willst du einen Grasshut? Nein. Okay. Hm, das hier? Neue Birkenpflanzen. Der Birkengott nicht wieder sauer auf mich wird. Ne. Der Birkengott. Ja. So. Home, home, sweet home. Das ist ja mein Schweinefreund. Ach, der ist pennen gegangen. Das ist ein Rucksack. Was kann man denn jetzt alles bauen hier? Ähm, ich baue gleich die, ähm, die andere Maschine, deren Namen ich gerade vergessen habe. Wir müssen gleich, ich lass mal die Folge beenden. Also alles beenden. Alles beenden. Oh, das ist gleich acht. Fuck. Ja. Fuck. Aber Schatzi. Man kann sich so Directional Signs bauen, man kann sich voll die Wege, äh, markieren. Ich will weiterspielen. Ja. Ha. Ha. Oh, da ist einer, ein Blumenmädchen. Hallo. Hallo. Ich muss sowieso erst mal googeln, wie ich Abbey-Game bekomme, weil ich zu doof dafür bin. Wie viele brauchte ich davon? Ähm. Vier. Vier Bretter. So, ich habe echt zu viel Zeug. Ich habe jetzt Bone Shards und Stinger. Ein bisschen rollt. Und ich habe voll crazy shit gemacht hier. Oh. Moment, im Singleplayer ist das anders. Was denn? Lol. Da baut man die Alchemie-Maschine anders. Wo ist die denn? Bei Science? Da brauchst du die, äh, die konnte... Brauch ich Elektrical Dudettes. Ja, warte, ich mach Dudettes. Ich kann die auch machen. Hast du Gold? Ich habe mir schon Gold rausgeholt, aber egal, mach du. Mach du jetzt. Muss ich mir noch mehr Steine machen. Ja, ich habe ohne Ende, willst du? Kein Ding, ich kann das. Ich habe das alles im Griff. Okay, ich habe nämlich noch, äh, ich habe auch noch ein Refind hier. Alles im Griff. So. Oder ich habe das irgendwie falsch in Erinnerung. Das war eine andere Maschine, die ich da gebaut habe, aber ich meine, das war... Was musste man damit jetzt machen? Man konnte jetzt einfach nur mehr bauen, man muss nicht mehr forschen, ne? Ja, ja. Ach stimmt, ganz am Anfang musste man ja immer das Daff da reinstopfen. Ja, genau, das ist nämlich mein Stand. Ah, das ist ja, oh man, die alten Zeiten. Ein Wärmesteinchen können wir jetzt bauen. Was für den Winter? Wird es kalt ist. Wird es kalt ist. Wird es kalt ist. Laterne kann man bauen. Okay, so viel Stuff. Das ist gerade gar nicht, was ich tun soll. Ich habe immer ein paar Seile. Das kann nicht schaden. So. Ein paar Steine. Eine Waffe habe ich. Oh nein, meine Berries sind stale. Was sind die? Ich muss die alle kochen. Brauchst du Essen? Ja. Moment. Dann gebe ich dir mal kurz. Kann ich schlafen. Wie sieht es mit dir? Hier, Moment. Achso. Da. Oh. Hast du jetzt mal eine Rolle eingesammelt? Wie gebe ich dir das? Rausziehen und hinwerfen. Ich kann dir das auch irgendwie geben, aber egal. Kannst du kochen. Achso. Ich muss dir das kochen. Ja. Kannst du mal Fuel ins Feuer werfen? Gott. Damit du bist im Weg. Okay. So. Essen. 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 Schweini. Schweini ist lieber kochtes Fleisch mögen oder? Oder rohs. Weiß nicht, ob sie es roh lieber mögen. Ach, diese Heurolle kann man nur einmal benutzen. Ich dachte für immer. Oh, das ist ja dumm. Da kommen meine Schweinefreunde. Hallo. Wo ist mein Schweinefreund? Ich weiß nicht. Hast du ihn umgebracht? Nein. Der hat mit mir Holz gehackt. Der hat mit mir Holz gehackt. Der war nicht in Gefahr. Ist du mein Schweinefreund? Nein. Mein Schweinefreund ist weg. So, wir werden jetzt aber die Folge. Ich weiß nicht. Jetzt willst du weiterspielen, ne? Ja, weil mein Schweinefreund weg ist. Hast du schon den bösen Baum gesehen? Guck dir erstmal den bösen Baum an. Der ist hier hinten irgendwo. Wo ist er? Da, guck mal. Zusammen können wir ihn schaffen. Guck mal, ein bisser Baum. Wir haben Schweinefreunde. Ja, aber der ist ganz nützlich, weil da kann man Böses hinlocken und dann tötet er die oder auch nicht. Jetzt ist er irgendwie lieb geworden. What the fuck? Der tut uns nicht mehr weh. Nein! Was machen die gerade von... Der fällt denen gerade. Aber der hat doch gar nichts gemacht. Der war doch lieb. Ja, Schweine haben da was gegen. Oh, Schweini. Tja. Jetzt ist er tot. Meins. Toterbüßerbaum, der knuffig war. Ich hab ein Living Lock bekommen. Hm, kann bestimmt tolle Sachen mitmachen. Jetzt hab ich... Warte mal. Kannst du mal herkommen und das Holz mitnehmen? Ja. Das brauchen wir eh. Was ist mit deinem Inventar? Meins ist voll. Das ist so viel Kram. Wir brauchen Kisten. Ja, dann musst du Holz fällen. Wo gehen Kisten? Du musst erst Bretter machen. Drei Stück. Und dann kannst du daraus Kisten machen. Kannst du mal Bretter machen? Ich hab nur noch 14 Holz. Mach doch mal bitte einmal Bretter. Es verbraucht wieder mein ganzes Holz. Jetzt hab ich wieder kein Holz mehr. Ja, es sind noch mehr Bretter und bauen mir eine Kiste. Oh, jetzt gibt der mir... Das hab ich schon gemacht. Das war ein Brett. Shit. Fuck. Deswegen ist mein Inventar nämlich nicht voll, weil ich das organisiert herstelle. Ich hab nichts organisiert. Vielen Dank. Jetzt kann ich hier Stuff reintun. Jetzt hab ich hier ein Brett. Ein Brett. Ich geh holzacken. Ach nee, wir müssen aufhören. Ja, wir müssen aufhören. Goddammit. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du hasst das nicht. Die Kiste ist voll mit Scheiße, die wir nicht brauchen. Ich kann literal Scheiße reintun. Hey, man kann immer Gras gebrauchen. Ich nehm mir das mal. Jetzt packe ich auch noch Stuff in Chester rein. Dann hat er hier Cutstone aus keinem Grund. Einfach nur so. Ich auch. Weil er es kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.